Hey Leute, ein paar von euch haben mich ja schon gefragt, wann es denn endlich eine Roomtour gibt und heute ist es endlich soweit. Ich nehme mich mit in mein Zimmer und zeige euch, wo ich das ganze Jahr lang wohnen werde. Also, das ist das Wohnheim und da gehen wir jetzt rein. Zimmer 2008, das ist mein Zimmer. Und ich habe vorhin nicht abgeschlossen, deswegen gehen wir einfach rein. So, und als erstes, wenn man in ein japanisches Haus oder in eine japanische Wohnung kommt, muss man die Schuhe ausziehen. Und schaut mal, meine Socken, das ist Chopper. Ja, ich ziehe mal meine Hausschuhe an. Und wenn man die Schuhe ausgezogen hat, dann kommen die hier in ein japanisches Schuhregal. Ich zeige euch das Regal jetzt auch nochmal im Ganzen. Zack. Wenn wir es aufmachen, dann sind da sehr viele Schuhe drin. Yay. Yay. Dann habe ich hier auf dem Regal ein paar Äpfel und Zwiebeln liegen und meine Schlüssel. Warum da Äpfel und Zwiebeln liegen, dazu komme ich vielleicht später. Und auch, warum hier auf der anderen Seite dann direkt ein Kühlschrank steht. Das sollte ich vielleicht auch erklären. Übrigens ist es das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Kühlschrank komplett für mich alleine habe. Und vor allen Dingen auch ein Gefrierfach komplett für mich alleine. Finde ich mega episch. Ja, und dann kommen wir auch hier schon direkt in den Flur. Ich sage mal Flur an Anfangstriche. Also wir haben hier zwei Meter, die man als Flur bezeichnen könnte. Und dann ist hier das Badezimmer. Ja, nennen wir es einfach Badezimmer. Wenn wir hier reingehen, haben wir eine Toilette. Und typisch japanisch mit so einem Waschbecken oben dran. Das heißt, wenn man spült, kann man sich direkt die Hände waschen und muss nicht irgendwie zweimal Wasser verschwenden. Das ist eigentlich echt praktisch. Und dann auf der anderen Seite haben wir eine Klo-Papierhalterung. Und eigentlich zeige ich euch die Klo-Papierhalterung nur, weil ich, als ich die entdeckt habe, an den Max von Epic Reviews denken musste. Denn er war wie sehr davon fasziniert, dass man einfach das Klo-Papier nachladen kann, indem man das einfach hier so zack reinsteckt. Deswegen liebe Grüße an den Max. Der ist nämlich auch gerade in Japan. Und ja, hier hinten ist dann noch eine Duschkabine. Hier ist ein Waschbecken, dann so ein bisschen Kosmetik-Krams, ein Spiegel und eine Dusche. Und wenn man duschen will, dann macht man das hier einfach zu und kann dann da hinten drin duschen. Und dann hängen hier noch ein paar Handtücher. Da oben ist noch ein bisschen Kosmetik-Krams. Und zwar in einer Little Twin Star Box, die ich hier gekauft habe. Und hier ist dann noch ein Gesichtshandtuch, mehr oder weniger. Also die nennen das Face-Towel. Und diese Face-Towels sind einfach so mega weich hier in Japan. Das ist unglaublich. Ich kann euch nicht beschreiben, wie weich dieses Handtuch ist. Genau, und das war auch schon das Badezimmer. Klein, aber fein. Licht aus. Wir wollen ja keinen Strom verschwinden. Und dann geht es hier direkt weiter in das Zimmer. Und ich drehe mich einmal, damit das Licht nicht so blöd durch das Fenster blendet. Dann haben wir hier den Kleiderschrank. Und in dem Kleiderschrank ist glücklicherweise auch noch ein Spiegel. Yay! Ähm, genau. Genau, und dann kommt hier direkt daneben mein Schreibtisch mit meinem Laptop. Und dort seht ihr übrigens mein neues Portemonnaie. Ein Totoro. Und natürlich mein Handy. Auch ein Totoro. Und da ist noch ein Totoro. Und das ist übrigens ein Beutel, den eine Freundin von mir selbst gemacht hat. Deswegen liebe Grüße an die Luise. Ich benutze den so oft. Das ist unglaublich. Ich liebe den Beutel total. Genau, und dann noch ein bisschen anderer Krimskrams. Und dann kommen wir zu einem etwas interessanteren Regal. Also hier ist erstmal so ein bisschen Schmuck und Kontaktlinsenkrams. Und dann haben wir hier meine Kokeshi. Einen selbstgemachten Totoro von einer Freundin. Und Zorro. Den musste ich irgendwie mitnehmen. Den konnte ich nicht in Deutschland lassen. Und dann hier hinten noch eine Nemoneko, ein Sorgenfresser und ein Teddybär. Und dann hier im nächsten Regal. Und dann haben wir ein paar Shonen-Jumps, die ich noch nicht wirklich angerührt habe. Da werde ich dann mal reinschauen, wenn mein Japanisch irgendwie ein bisschen besser ist. Vor allen Dingen was Kanji angeht. Dann mein Nintendo DS. Das ist übrigens eine Zelda Special Edition. Die werde ich jetzt nicht rausholen. Aber wenn ihr die mal sehen wollt, ich habe auf Twitter und auf Instagram ein Bild davon gepostet. Die Links sind in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mal reinschauen und dann ihn euch anschauen. Der ist echt mega hübsch. Und dann hier ein paar Bücher. Und das Interessante sind wahrscheinlich diese vier hier. Also das drei sind Sailor Moon Mangas, die ich zur Zeit so ein bisschen lese. Die gehören eigentlich hier ins Wohnheim. Also unten gibt es so einen Lobbybereich, der für alle zugänglich ist. Und da standen die im Bücherregal. Und weil die niemand lesen wollte, habe ich mir die einfach geschnappt. Und habe gesagt, okay, die lese ich jetzt einfach die nächste Zeit. Und ich habe jetzt den ersten bis zur Hälfte ungefähr durch. Und was vielleicht auch noch sehr, sehr interessant ist, ist, ich habe mir die Light Novel von Kimi no Nawa gekauft. Und ja, die ist auch komplett auf Japanisch. Und das ist noch eine kleine Herausforderung. Aber irgendwann will ich das meistern. Ich stelle die jetzt einfach mal hier hin. Hier oben ist dann noch ein bisschen Bento-Krams, ein paar Kataikarten, ein paar Brillen. Und meine Sony Alpha 5000, die leider gerade kaputt ist. Weswegen ich mit einer Ligria-Filme, die ich mir ausgeliehen habe. Meine Sony. Genau, dann geht es weiter. Dann haben wir hier erstmal... Soro. Den konnte ich auch nicht zu Hause lassen. Der gibt mir irgendwie ein kleines bisschen Heimatgefühl. Ach ja, apropos Heimatgefühl. Das habe ich hier auch noch fast vergessen. Also, das gibt mir jetzt kein Heimatgefühl. Aber das ist ein Kanji, das mein Kalligrafie-Sensei gemalt hat. Und da hat er für jeden von den Austauschstudenten sozusagen ein Zeichen gemalt. Und das konnten wir jetzt halt mitnehmen. Und jetzt kommen wir aber zurück zum Heimatgefühl. Ich habe hier zwei Postkarten hängen. Die eine erinnert mich an eine sehr wichtige Person. Und die andere erinnert mich an die Stadt, wo ich vorher gewohnt habe. Und vielleicht erkennt ihr sie. Und nein, ich habe nicht in San Francisco gewohnt. Genau, und jetzt kommen wir aber hier rüber. Hier ist mein Bett. Ja, und den Totoro-Kissenbezug, den habe ich in Harajuku gekauft. Und auf den bin ich sehr, sehr stolz, weil den finde ich richtig, richtig süß. Und der war auch gar nicht so teuer. Dann hier noch ein Teddybär. Und das Kissen da hinten, kennt ihr vielleicht. Das ist aus dem Flugzeug. Das habe ich einfach mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber ich habe es einfach gemacht. Da hinten steht übrigens dann mein Stativ. Hier sind noch ein paar Taschen. Und dann meine Bettdecke. Die sieht jetzt an sich gar nicht so spektakulär aus. Aber es gibt etwas an der Bettdecke, was ich euch zeigen möchte. Und zwar habe ich die Bettdecke, also den Bezug, vom Wohnheim gestellt bekommen. Und der ist irgendwie so ein bisschen japanisch, weil so sieht der gerade ganz normal aus. Aber wenn wir das einmal aufklappen, dann seht ihr, dass da in der Mitte sozusagen wie so ein Loch ist. Also wo der Bezug einfach aufhört und da man sozusagen die Decke sehen kann. Und ja, das ist irgendwie wohl so typisch japanisch, auch in Hotels oder so. Also Hotels vielleicht nicht, aber Hostels, glaube ich. Dass man halt so einen Bettbezug bekommt, wo der halt nur auf einer Seite komplett ist. Und die komplette Seite, damit deckt man sich halt zu. Und das Loch ist dann sozusagen oben drauf. Und das fand ich sehr lustig. Aber irgendwie ist es auch mega praktisch, weil man dadurch den Bezug total schnell wechseln kann. Also abziehen und wieder draufziehen. Genau. Zack. Und dann ist hier noch der Balkon. Ich habe einen eigenen Balkon, den ich aber irgendwie kaum nutze. Also genau, da kann man hier einmal die Tür aufmachen und dann rausgehen. Hier ist übrigens auch noch so ein hübsches Insektengitter. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Falls man irgendwie mal lüften will, aber halt keine Insekten drin haben will. Genau. Und das machen wir jetzt aber auch auf. Denn wir gehen einmal raus. Und dann haben wir hier die Klimaanlage, eine Wäscheleine und das war es auch schon wieder. Aber was echt schön ist, ist die Aussicht, die man hier hat. Also hier sieht man einmal komplett Berge. Und das ist irgendwie echt sehr schön, wenn man morgens so aufwacht, rausgucken kann und überall Berge sieht. Das ist echt sehr nice. Und dann gehen wir auch schon wieder rein. Machen wir so zu zu. Zack. Und das war eigentlich auch schon mein Zimmer. Hier ist noch so ein bisschen Lichtschalter und die, ähm, der Türöffner. Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie man es nennt. Und das Ding ist dazu da, um die Wassertemperatur einzustellen. Und das war es dann aber auch schon. Tja, und das ist mein Zimmer. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, gibt es keine Küche in diesem Zimmer. Denn wir haben eine Gemeinschaftsküche, wo es dann nochmal so ein paar Herdplatten zum Kochen gibt und zwei Spülen. Und dann hat dort jeder nochmal ein kleines Fach, wo dann so Teller oder irgendwelche Zutaten oder Gewürze oder sowas reingepackt werden können. Und das ist auch der Grund, warum ich hier einen eigenen Kühlschrank drin habe. Und, ähm, auch Zwiebeln und Äpfel in meinem Zimmer rumliegen, weil eben nicht alles in dieses kleine Fach im Kühlschrank, ähm, weil eben nicht alles in dieses kleine Fach, ähm, in der Küche passt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, filme ich gerade mit einer Lechia, weil meine Kamera kaputt ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich mir damals nicht die Lechia gekauft hatte. Ich wollte mir die Lechia kaufen, habe mich aber dann doch für die Sony Alpha 5000 entschieden und bin sehr, sehr froh darüber, weil mir die Videoqualität irgendwie überhaupt nicht gefällt. Und das mit diesem Weitwinkel gefällt mir auch überhaupt nicht, denn wenn man den ausstellt, ist man total nah herangesoomt und es ist alles ziemlich komisch. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich mir die Sony Alpha gekauft habe, aber sie ist zurzeit kaputt. Und deswegen versuche ich gerade, das so schnell wie möglich irgendwie wieder hinzubekommen. Aber da gibt es ein paar Probleme, weil ich halt jetzt in Japan bin und die in Deutschland gekauft habe. Wer mir auf Twitter folgt, hat das vielleicht auch schon alles mitbekommen. Ich will euch das jetzt nicht alles lang und breit erklären. Ich versuche auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder eine funktionierende Kamera zu haben, um euch einfach auch ganz viele Videos zu zeigen. Ich kann aber nicht sagen, wie lange das dauern wird und die Kamera, die ich jetzt gerade benutze, habe ich eben nur ausgeliehen. Und ich will mir halt auch nicht immer dann die Kamera von jemand anders ausleihen. Außerdem gefällt mir die Videoqualität halt auch überhaupt nicht. Das Ganze ist natürlich auch irgendwie eine Geldfrage, weil ich die Videoplatur jetzt wahrscheinlich selber bezahlen muss, obwohl ich nicht mal irgendwie schuld bin oder so. Aber naja. Ich hänge übrigens Zorro so ein bisschen im Bild, deswegen nicht wundern. Ansonsten hoffe ich, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen in mein Zimmer, wie ich jetzt das ganze Jahr lang so wohnen werde. Und euch hat das Video gefallen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, auf so kleinem Raum ein Jahr lang zu leben. Das Ganze sind glaube ich 13 Quadratmeter inklusive Bad. Das heißt, das Bad ist nicht irgendwie extra, sondern in den 13 Quadratmetern schon mit drin. Und ich finde es eigentlich echt klein und süß und es reicht hin und es ist vor allem dem günstig. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und dann sehen wir uns hoffentlich, hoffentlich sehr, sehr bald in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss! 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 Tschüss!